Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich hier in Hilzingen am Flugplatz. Bei bestem Wetter, wer hätte es gedacht, die ganze Woche hat es wohl eher ein bisschen schlechter ausgesehen. Ja, ich heiße Markus Buhmüller, ich bin seit fünf Jahren Mitglied in der Segelfliegergruppe Singen. Ich fliege Motorsegler sowohl als auch Segelflieger. Und bin für die Pressearbeit hier am Flugplatzfest zuständig. Auf der linken Seite haben wir nämlich dieses Jahr auch wieder ein Fly-In. Da kommen Sie ja an, gerollt. So, was uns ganz besonders freut ist heute bei dem Bombenwetter, dass jetzt um diese Uhrzeit, wir haben ja kurz nach zwölf, kurz vor zwölf, Entschuldigung, schon sehr, sehr viele Besucher da haben. Wir erwarten noch mehr, aber es ist auch ein interessantes Programm geboten. Wir haben Oldtimer hier, Oldtimer-Fahrzeuge, wir haben Flugzeuge hier, wir haben Hubschrauber hier. Wir haben die Möglichkeit für Rundflüge. Und Essen und Trinken gibt es natürlich auch was. Und es würde mich freuen, wenn wir sich auch noch sehen würden dieses Wochenende. Ich bin Gerhard Vollmer, ich komme von der Modellfluggruppe Aach und war hier mal Feuermitglied an der Segelfliegergruppe Singen. Und manntag in der Fliegerei habe ich aufgegeben, jetzt mache ich nur noch einen Modellflug. Und dann mache ich auch noch einen Modellflug. Und dann mache ich auch noch einen Modellflug. Das ist die Crew des Super Puma aus der Schweiz. Ich bin Hauptmann Leber, das ist mein Kollege Hauptmann Schweizer. Wir kommen beide aus Dübendorf. Das ist nur zwölf Minuten Flugzeit von hier weg. Wir sind heute Samstag hier angekommen. Wir können leider nur heute hier bei euch unsere Vorstellung machen. Trotzdem, wir genießen es extrem hier bei diesem super schönen Herbstwetter. Schön frisch, nicht allzu heiß und trotzdem auch nicht neblig und gar nichts. Wie bestellt ist das Wetter, wie bestellt sind die Leute schon hier angekommen. Alles super. Unser Hubschrauber hier, die Super Puma Maschine. Die ist relativ gross und relativ schwer. Trotzdem zeigen wir hier mit dieser Vorführung, dass man auch mit einem Lastwagen trotzdem auch noch ziemlich dynamische Figuren machen kann. Und möchten da die Flexibilität, die Dynamik und die Eleganz dieses Hubschraubers zeigen. Was uns offensichtlich nicht so ganz so schlecht gelungen ist bei dem Training. Heute Nachmittag dann versuchen wir das mindestens zu wiederholen oder sogar noch zu übertreffen. Wir wünschen euch auf diesem netten, hübschen, überschaulichen Flugplatz viel Spass. Und ja, vielleicht bis dahin nächstes Mal. Dankeschön, viel Spass. Dankeschön, viel Spass. Dankeschön. Dankeschön, viel Spass. Dankeschön, viel Spass. Dankeschön. Ein, der war 0,9, also 90 Grad. Die G-S-Leist sind immer sehr nötig und an der Stadensstruktur sind alle Hauptkomponenten wie die Kabine, das Leiter. Die G-S-Leist sind immer sehr nötig. Die G-S-Leist sind immer sehr nötig.